salami alaikum meine freunde ich zeige jetzt erstmal mein quad nach zwei tagen mammut park danach gibt es ein video vom tag eins und es wird dann noch ein zweites video von tag zwei kommen der total eskaliert ist und ja da ist das gute stück dreckig wie sauer überall hängt die scheiße ja der erste tag war eigentlich ganz ruhig war eine schöne einflug runde die ja war alles andere als ruhig tag eins war schon cool aber der zweite tag hat auch noch mal in sich aber dafür muss ich erst mal das video noch schneiden denke mal so in zwei tagen wird das zweite video noch kommen die hat auf jeden fall einiges mitgemacht vom überschlagen bis hin zum versenken komplett über sämtliche verkleidungsteile hier darfst du nichts anfassen ich werde jetzt die karre erst mal putzen hier guckt euch das video jetzt erst mal an und dann sehen wir uns da im zweiten teil bzw das video vom zweiten tag sehen wir uns wieder jetzt muss ich hier erstmal eine brechstange holen um das alles abzubringen also ich wünsche euch viel spaß mit dem video bissel 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 Guck mal, Waldemar da. Der wird sich halt verkacken, Alter. So, Leute, wir sind hier im Ammo Park. Bei trockenem Wetter. Sonnenschein pur. Zweite Tag für viele. Für uns der Erste. Es ist echt voll heute. Soll aber nicht weniger Spaß machen deswegen. Weil man sieht ja genug hier. Man kennt viele, das passt. Wir machen hier gerade eine kleine Einführungsrunde. Gucken uns das mal, was wir anführen. Ein paar von uns ist das Neue hier. Für die mit der Renegade zum Beispiel. Sandro. Letztes Jahr war es schon klasse, wo alles nass war. Gucken wir mal, was wir brauchen. Und warum auch heute mal mit Micron-Reifen und nicht mit Matsch-Reifen. Und ja, gucken wir mal, was der Tag so bringt. Wir haben einmal mit terminar. Wir haben jetzt das erstmal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bist du hier hochgefahren? Ja, ne? Da aber, ne? Bleib mal hier in der Spur, ne? Warte, sei... Locker, locker weg! Ja, also der erste Eindruck, bei trockendem Wetter im Mammutpark ist eigentlich doch ganz okay. Hier fehlt dann natürlich das Wasser, was so ein bisschen läuft. Fährt mal von anderen Malen. Aber diese Allee hier ist richtig geil. Ja, ansonsten actionmäßig noch ein bisschen ruhig. Wir machen noch eine Einfahrrunde. Die klingt gerade schon ganz gut ab, aber... Lutsche! Vollgas! Waldemar, gib Gas! Einfach durch, Vollgas! Ohne Eilrad, gib ihm! Krass, ne? Krass, ne? Vollgas! Vollgas! Krass. Krass, ne? Ich bin wieder aufgerutscht. Wo kann man denn noch lang hier? Nein, glaube ich nicht. Meinst du? Nein, ne? Hier muss viel tief sein. Ja, ich mach mich später ganz nass. Anna, guck an's vor! Wo geht's denn da lang? Hallo schöne Dame. Anna, irgendwas machen deine Vorderräder falsch, dass deine Hinterräder eklig machen. Das ist, wenn man ohne Allrad fährt, meine Freunde. Ohne Allrad, das geht doch. Nee, nee, nee. Das geht gut an mit dem Pickhorn. Er hat's versucht bei mir. Du hast angefangen! Du hast angefangen! Hat doch gar nicht funktioniert oder was? Hat doch gar nicht funktioniert! Wo geht's da denn lang? Durch? Kann man da durch? Nee! Ich auch nicht! Ich glaube, das wird nichts! Nein! Nee! Rückwärts geht's jetzt übrigens auch nicht mehr. Nee! Durchziehen! Und da! Nein! 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 Und da! Nein! Ich fühle mich schon mal! Ich fühle mich schon mal hierher. Ich fühle mich auch immer so Teresa. Der ist eh so klein, den sieht man nicht auf Kamera. Der würde hier hochkant stehen. Der steht hochkant an. Schwung war es hochkant? Ja. Unbeschwung aufs Trikot. Der geht immer nach rechts. Lass raus, hab ihn. Die Kippen da rauf. Hatt die Kippen die rauf jetzt. Okay. Jetzt vergräbt er sich. Soll ich mich hier mal raushängen? Ich glaube das bringt nichts. So? Ja. Warte. 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 Kann ich. Ich bin streng fest hier. Ja ich komm auch niemals Gas dran. Geh doch drauf. Geh drauf. Ich komm niemals Gas. Ich rutsch auf. Ich rutsch auf. Ich rutsch auf. Ich rutsch auf. Sehr gut. Ich rutsch auf. Haut rein Jungs. Geh doch her. Schönen wir ihn mal. Mittag. Mittag ist fertig. Weiter gehts. Mittag. Warte. 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 Das ist so glatt! Ohne Wartehose. Fahren wir danach zum Platz? Weil ich bin dann nach Wiespedermass. Ich bin dann nach Wiespedermass. Besser? Ja, du gehst vom Gas, du musst richtig volle Kanone machen. Du musst die ersten 20 Meter rüberfliegen. Jetzt sind wir noch ein paar nassen Passagen hier. Brauchen wir eine Raptor noch dabei? Was ist hier los? Ne, dann pump ich hier. Ja, mal gucken, wie die Raptor sich hier macht. Ah, Spinne vorm Helm. Ach, das ist der Pumpe hier. So, Einführungsrunde ist beendet, Leute. Alles dreckig wie Sau. Jetzt braucht keiner sich mehr um das Material kümmern. Jetzt ist hier alles fast Sau. So, bin mal gespannt, wie der Ohr. Wie das bleibt. Wie das ist. 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 Hier Wo haben wir denn hier Nö, hab ich keinen Bock da Oh ne Ich habe gar keinen Bock auf so was mehr. Ich mag es einfach nicht, ich mag es nicht. Fahr mal ein Stück vor. Jetzt kommt eine, da kann nur eine Hose gehen. Jetzt kommt Emrah. Du musst! Runter da! Ein bisschen Gas geben. Nicht bremsen, rollen. Einfach runter. Siehst du, gar nichts. Wo willst du hin? Ich habe keinen Antrieb mehr richtig. Ich habe keinen richtigen Antrieb mehr. Ja. Moin. Ich kann dasen. Ich kann dasen, passen. Jetzt bin ich gut. Eine schnelle Höhe. Ah, scheiße. Scheiße. Scheiße, Dreck, hab ich's mal geschafft. Lass an, lass an. Lass an, lass an. Bitte? Anlassen. Ist aus. Auslassen. Ja, klar. Könnt ihr die Schiebe noch? Komm schon mal raus. Der wichtigste Kamerawahn. Alle Suppe. Haben wir alle Suppe. Respekt. So, lass das Ding rollen. Pass auf deinen Helm auf. Ja, alles gut. Der säuft dich ab. Aber du warst nicht mehr beim Vollgas, ne? Hast du nicht gesagt, 100 Jahre Garantie? Das läuft alles über Garantie. Kann man nicht hören. Kann man nicht hören. Ja. Und wir gewinnen. Scheiße. Dreck. Ey, du Vogel. Hör mal, wie hast du ein paar Geri-Aufballen? Kein Opel-Motion machen? Lass mal dran, egal. Was ist passiert? Passiert. Ja. Was ist letztes Jahr? Die läuft gleich wieder. Hä? Die fährt gleich wieder. Ja. Genau, Mann. Langsam anfahren. Ja. Und ich will da drauf an. Oh, da kommen drocken. Jawoll. Boah, da kommt es auch auf, oder? Das ist gut. Sehr, sehr gut. So. Braucht dich jetzt irgendwen, irgendein Profi? Ja. Nein. Was macht ein Stapen?